Am Start die Nummer 46, Christina Mittflint von den Ostbebern's Bibern. Sie scheint alleine zu sein. Wow, das ist eine konstante Leistung. Ja, super. Aber wir haben alle den selben Trainer, ne? Ja, aber so richtig hundert Prozent. Ne, das muss erst laufen, dann ... ... 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020